Bitsch, you make me call me Superman, deep tall holes in a single bound, I'm single now, got no ring on his finger now, I never let another chick bring me down in a relationship. Hey, meine lieben Quatschis! Ah, okay, ist da irgendwie komisch, egal. Herzlich willkommen zur ersten Folge Skywars. So, das sind Kekse. So, wir sind im, äh, Hellblown-Kekse. Okay, wir sind im Hellblown-Team da. Ähm, die hat ein Solo-Map hier und, ja, Skywars kennen eigentlich wahrscheinlich viele. Äh, also man ist jetzt auf so Inseln hier, da sind die anderen, jetzt mal hier runter. Ich hab das Kind-Bergarbeiter so gewählt, wenn man halt sagt, so ein Schwert machen. Aber davor zieh ich mir noch Rüstung an. Ich hab noch Verzauberten. So. Äh, dann eben so. Ähm, ja, die Rüstung brauch ich jetzt nicht, hab ich eine bessere. Gut. Das ist doch noch eine Kiste. Äh, ja, eine Angel. Ein bisschen TNT kann man mal brauchen, aber da hab ich noch ein Brust, äh, Gold. Na ja. Äh, egal. Reicht ja von Anfang eigentlich. Dann, hm, ich würde kurz ein bisschen sortieren hier am besten. Das ist, glaub ich, besser als das... Ja, das ist besser. So, die Angel. Das... Okay, so. Erstmal fürs Erste. Jetzt nehm ich dann hier den Deer mit. Oh, dass noch mehr trägt. Gut. Das wollen wir natürlich. Ähm... Ich brauch noch ein Crafting-Table. Was ist der, ähm... Da oben ein Crafting-Table an sich. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Ich glaube aber... Boah, fuck. Ich glaube aber nicht für die Truhe. Mit Spitzsacke. Wow. Oh, fuck. Ähm... Äh... Mach ich mir jetzt erstmal ein. Ich hab da unten noch Holz. Och. Egal. Äh... Hinsetzen. Mach ich mir jetzt aus dem Holz Sticks. Da jetzt die Dias da drauf. Das ist dann ein bisschen mehr als das Holz wert. Also etwas. Viel mehr. Äh... Aber wir haben ja noch ein bisschen mehr Dias hier. Können wir einfach mitnehmen. Das ist ganz toll. Ganz viel Dias. Ganz toll, toll, toll. Ähm... Da Gold brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten noch gucken, ob wir hier ein bisschen Eisen mitnehmen. Und uns dann schon mal ins Gefecht stürzen. Äh... Ja. Ich hab ja auch hier von dem Kit her... Kohle. Und Ei... Äh... Was mach ich hier? Kohle... Der Ofen ist unten, ey. Ach, ich bin so schlau. Da kann man nämlich jetzt unser Eisen rein tun. Und wir haben ja noch hier Kohle. Da. Genau. Da haben wir noch mehr Eisen. Dann brauche ich die ganze Rüstung hier. Gold so. Brauche ich nicht. Naja, so. Ähm... Kann man jetzt schon mal Eisen schon oben bei... Ich brauche nur Bursti. Dann warte ich hier ein bisschen... Darauf, dass sie... Fertig werden. Wow. Okay, ich bin runtergefallen. Kann ich die Totale da noch rein tun. So. Jetzt ist er wieder hoch. Und da ist der erste Tod. Okay, das war jetzt... Also hab ich da jetzt schon... Okay. Ich laufe da einfach wieder rein. Ähm... Naja. Das war jetzt auch schlecht. Jetzt sind nur noch drei Teams am Leben und ich wollte noch auf meinen Eisen. Ich erquitte mich noch und die sind alle schon tot. Das ist natürlich auf jeden Fall nice. Ich glaube, es reicht sogar schon. So. Ach. Immerhin. Das ist immer das gleiche, ne? Jetzt feigten die und ich gewinnen jetzt, obwohl ich gar nichts machen. Das ist ja langweilig. Das... Ich laufe da jetzt nicht noch mal rein, ne? Äh... Oh, spring auch noch. So. What the f... Boah. Fuck. W... Was war das? Oh, ich bin doch fast gestorben, ey. Ich bin durch. Dann wäre das eine richtig schlechte Runde gewesen. Aber... Naja, okay. Ah, ist durch. Okay. Ist praktisch. War sehr nett von dem, dass er uns hier den Weg gebaut hat. Okay. Ähm... Ich fahre sowieso wieder runter. Ähm... Ich laufe erst mal hier ein bisschen lang. Ich würde dann halt irgendwas essen. Darf es noch zu essen? Da ist auch was zu essen. Ähm... Nehme ich mir den da noch rein. Den da auch... Also ja, okay. Den Wasser einmal ist immer so toll. Koch der ran? Ja, komm ich. Gut. Okay, ich... Ich fühle, dass der... in der Nähe ist. Da ist noch ein Zaubertier. Ich hab eh nicht genug XP. Äh... Ja, bringt mir eh nichts. Okay, die fallen runter. Der hat jetzt irgendwie noch einen Weg von... Ne, der hat auch nur... Da? Was? Hat mir jetzt nichts gebracht. Der hat auch einen Weg, dann muss ich mich in eine andere Richtung bauen. Hm. Nice. Natürlich... Ah, da ist er doch angetübt, da. Ich wette... Den schaue ich jetzt nicht mehr so leicht, weil der dann wirklich... Na, okay. Weil ich hier nicht gut sitze... Also... Ich sitze zwar nicht, aber ich stehe halt, ne? Was? Was ist meiner? Ähm... Glaube ich. What the fuck? Was macht der jetzt? Oh, der hat auch eine Angel-Scheiße. Natürlich nicht bedacht. Nein, der schmeckt mich runter! Der schmeckt mich jetzt runter! Das war klar. Okay, ich bin verkackt. Die Runde war jetzt leicht scheiße. Ah, okay. Ähm... Das war's jetzt erstmal... Ähm... Ja... War auf jeden Fall nice. Ich hab auch... Letzte Woche kannte ja auch kein Video. Ähm... Das... Das lag daran, dass mein Schrittprogramm auf die Weißes gestartet habe, abgekackt ist. Ähm... Deswegen... Falls ihr das mal wohl könnt, jetzt in meine Kommentare schreiben, dann kann ich das mal cutten. Ich hab jetzt wieder, äh... Ich hab jetzt einfach einen Anruf runtergeladen. Jetzt klappt's. Äh... Und... Ja... Ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Tschüss! 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 Tschüss!